Also ich habe jetzt hier irgendwelche Daten und habe den Verdacht, dass die auf einer Parabel liegen könnten und das will ich den PC machen lassen. Die Parabel finden, die am besten passt. Ich mache das jetzt auf dem iPad mit der Apple Software Numbers und es geht um das Thema Trennlinie. Also wie kriege ich eine Trennlinie? Also zum Start habe ich irgendwelche Daten und die Daten muss ich markieren und dann geht es weiter. Dieses Zeichen ist das Zeichen für so ein Diagramm und wenn ich da drauf gedrückt habe, muss ich nach unten scrollen, weil ich möchte so ein XY-Diagramm. Also wenn ich nach unten gestrollt habe, klicke ich hier drauf, bekomme so ein Punkte-Diagramm, keine Balken und sowas, sondern Punkte. Das möchte ich haben. Klicke da drauf, dann habe ich das, aber noch ohne Trennlinie. Also wie kriege ich das Ding? Also wieder draufklicken, damit es markiert wird und dann erscheint es, wenn ich hier hinklicke, dann erscheinen wieder neue Felder oder gleich auf den Pinsel klicken. Also erst markieren, hier sieht man, das ist markiert und dann da draufdrücken oder auf den Pinsel klicken und dann kann ich Daten rein bearbeiten und oder Pinsel, dann geht es schneller. Da kann ich hier nochmal draufklicken und was machen? Wenn ich da draufgeklickt habe, dann wieder nach unten. Die Trennlinie ist schön gut versteckt und da habe ich sie. Trennlinie das ist noch ohne und die klicke ich anders. Ich klicke drauf und möchte jetzt mit einer Trennlinie arbeiten und also hier ist das ohne, nochmal draufklicken. Ich habe den Verdacht, dass es irgendwas mit einer Parabel ist. Das ist das Thema ganz rational. Das ist x² oder x³ oder irgend sowas. Interessant ist noch linear, also wenn ich den Verdacht habe, es könnte auf einer Geraden liegen oder ganz spannend ist auch exponentiell, wenn es exponentiell wachsen könnte. Also in dem Fall ganz rational. Ich klicke da drauf, Häkchen und dann erscheint die Linie. Da muss ich noch einen Haken setzen und zwar, ich gehe wieder zurück. Hier, Haken bei Gleichung. Dann erscheint nicht nur die Linie, sondern die Gleichung. Also diese Parabel mit der Gleichung passt am besten zu den Punkten, die ich da gemessen habe. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich kriege dich nicht mehr, warum ich eine kleine Maschine soll. Ich kriege mich nur in die Personen Es